Insulin ist das wichtigste Stoffwechselhormon im Körper. Es wird von den Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse produziert und in die Blutbahnen abgegeben, die es zu allen anderen Zellen transportieren. Für den Glucose- bzw. Zuckerstoffwechsel ist die Insulin-Rezeptor-Bindung an Muskel-, Fett- und Leberzellen entscheidend. Erst wenn das Insulin sich an einen Insulin-Rezeptor bindet, wie ein Schlüssel im Schloss, kann Glucose in das Zellinnere gelangen. Dort wandelt sich der Zucker in Energie um. Energie, die der Körper für seinen Lebenserhalt benötigt. Bei Fettleibigen ist der Insulin-Signal-Kreislauf gestört. Die Rezeptoren nehmen die Insulin-Schlüssel nicht mehr auf. Man spricht von einer Insulin-Resistenz. Obwohl viel Glucose in den Blutbahnen ist, können die Zellen diese Glucose nicht aufnehmen. Der Blutzuckerspiegel erhöht sich. Die Bauchspeicheldrüse produziert als Reaktion darauf immer mehr Insulin. Aber irgendwann stellt sie die Insulin-Produktion ein. Es entsteht Typ-2-Diabetes. Die Bauchspeicheldrüse